Hier seht ihr schön die eingangsame und die großen Bänden, hier hinten die Rezeption und oben den ganz, ganz tollen Sternenhimmel. Und hier ist ein Geist, das ist der Hubert, der wünscht euch viel Spaß mit seinen Videos. Unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr weiteres von mir. Bis dann, tschüss!